Hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder, ich und Fred Hemmermeyer, das ist auch so ein YouTuber, der sich mit der Materie ein bisschen auseinander gesetzt hat. Heute sprechen wir mal über das Schulsystem, wie es entstanden ist, was wir unbedingt benötigen. Denn es ist an der Zeit und wir leben momentan in wirklich spannenden und lustigen Zeiten, da macht es Sinn, darüber zu reden, welches Bildungssystem wir künftig brauchen. Weil jetzt hat sich alles offenbart, das Bildungssystem hat sich offenbart und hat sich beinahe richtig planiert. Und ja, ich habe gesagt, indem wir heute einmal ein bisschen vielleicht klarere Worte sprechen wollen, ist das jetzt nur der Teser. Und wir werden dann nachher quasi das verlinken, also unten auf die Beschreibungen, entweder auf Telegram oder auf andere Kanäle. Weil wir wollen eigentlich zumindest ein bisschen ansonsten auch die Wahrheit sprechen können, was ja bei YouTube nicht mehr möglich ist, glaube ich. Das ist ein bisschen schwierig. Dann würde ich sagen, dann sehen wir uns dann später einfach auf dem anderen Kanal.